Ich kümmere mich hier um alles, ich halte hier alles zusammen. Ohne mich würde denen ihr Weltall um die Ohren fliegen. Ich koche, ich mache die Zimmer im Gästehaus fertig. Die Leute im Ghetto sind die Sklaven der herrschenden Klasse. Und diese herrschende Klasse wird niemals eine Veränderung der Gesellschaft zulassen. Niemals. Es sei denn, Gott straft sie. Strafe Gottes. Das Ende der Welt. Ich meine wirklich. Was wäre Welt? Das Schweigen. Das Schweigen war schlimmer als die Brüllerei danach. Die erste Welt verschlacht die dritte Welt, die Oberschicht verschlacht die Unterschicht. Sie haben nichts wie ihr Insano! Ein Riss. Eine klaffende Wunde. Der Riss durch die Welt. Tote Fische. Tote Vögel. Beißende Hänzende Rauch über den Ufern. Brennende Augen. Ausschläge. Blut. Rauch. Eine kranke Sonne. Die kranke Sonne. Die kranke Sonne. Das Bett. Untertitelung des ZDF, 2020